Ein herzliches Hallo zu High Five für deine gesunde Ernährung. Mein Name ist Anna Reschreiter und du hörst den Podcast für eine einfache und alltagstaugliche Ernährung nach den fünf Elementen der traditionell chinesischen Medizin. Ist Qi irgend so ein esoterischer Kram oder doch irgendetwas, worauf du mehr deinen Augenmerk legen solltest? Das habe ich bei meiner letzten Podcast-Folge gefragt. Da ging es um das Thema Qi und Lebensenergie und dieses Thema möchte ich ein bisschen weiterführen in der heutigen Podcast-Folge und widme mich deshalb dem Yin und dem Yang und gebe heute viele Bilder, lebensnahe Situationen, damit du bemerkst, siehst und auch die Wichtigkeit erkennst, was Yin und Yang eigentlich in deinem Körper sind, ob das auch so ein esoterischer Kram ist, vor allem auch, warum es so wichtig ist, ein Augenmerk auf Yin und auf Yang zu setzen, wie du Yin und Yang-Wurzel in deinem Körper stärken kannst und auch, was mir ganz wichtig heute ist, dir mit auf den Weg zu geben, dass es nicht ein Yin oder ein Yang gibt. Es gibt immer nur ein Yin und ein Yang. Schauen wir uns einmal das Yin und Yang-Zeichen an. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der das Yin und Yang-Zeichen nicht kennt. Es ist auf der einen Seite, die eine Hälfte ist dunkel mit einem hellen Punkt, die andere Seite ist hell mit einem dunklen Punkt und dieses Yin und Yang-Zeichen, das sagt so vieles aus. Es zeigt auf der einen Seite, dass alles das andere bedingt und nichts ohne dem anderen da sein könnte, existieren könnte. Das Dunkle geht so richtig schön in das Helle über und oben geht das Helle wieder ins Dunkle über und umgekehrt. Und sogar im Dunklen befindet sich mittendrin ein heller Kern und sogar im Hellen befindet sich mittendrin ein dunkler Kern. Das ist das Yin und Yang-Zeichen. Aber was heißt das jetzt auf uns, auf dich, auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit oder aus universeller Sicht? Was bedeutet Yin und Yang? Grundsätzlich ist Yin und Yang nicht voneinander zu trennen und spiegelt zwei komplementäre Energien wieder oder zwei gegenseitige Energien wieder, die nicht ohne einander bestehen könnten. Also es gibt kein Dunkel ohne das Hell. Es gibt keine Freude ohne der Traurigkeit. Es gibt keinen Schatten ohne die Sonne. Die Nacht geht immer in den Tag über und umgekehrt. Das heißt, es ist immer ein Kreislauf da. Die Energien gehen immer von dem einen Extrems in die andere Extrem über und es ist immer so ein Kreislauf. Und das finde ich so das Schöne an diesem Yin und Yang-Zeichen, dass da einfach auch dieser Kreislauf zu sehen ist. Und auch wenn wir uns so die Morgenstunden ansehen, so die Nacht geht in den Tag über, das heißt, es ist auch schon so in der Nacht dieses Potenzial der Helligkeit einfach da. Und das spiegelt auch so dieser Punkt in der anderen Farbe wieder. Und Yin und Yang ist in jeder unserer Zelle enthalten. Yin und Yang ist in jedem Lebewesen enthalten. Yin und Yang ist in jedem universellen Prozess enthalten. Das sind zwei wirklich universelle Kräfte, die ineinander übergehen. Yin und Yang, das sind Begriffe, die wir beim Kochen verwenden können. Yin und Yang sind Begriffe, die wir bei Diagnostik verwenden. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist eigentlich gar nicht so viele Fachbegriffe. Ich möchte einfach dir sagen, du bist Yin und Yang. Auch wenn du eine Frau bist, ein Yin-iges Wesen und dein Yin auch wirklich pflegen solltest, hast du Yang in dir. Auch wenn du ein Mann bist, ein Yang-iges Wesen, hast du auch Yin in dir. Wir Frauen sind Yin-ige Wesen, unsere ganze erste Lebenshälfte ist vor allem von Yin dominiert. Und trotzdem haben wir auch Yang-Anteile in uns. Mit unserer Ernährungsweise schwächen wir oft zusätzlich auch noch das Yang. Und deshalb ist auch kalte Hände, kalte Füße, schneller mal erkältet sein oder sogar auch ungewollt immer mehr zuzunehmen etwas, dem wir wirklich entgegenwirken können, indem wir unser Yang mehr pflegen, indem wir mehr Augenmerk auch auf unser Yang legen. Das heißt, dass wir wirklich auch wärmender essen, gekochte, bekömmliche, regelmäßige, warme Mahlzeiten zu uns nehmen, um einfach das Yang auch zu pflegen. Weil das Yang nährt und stärkt natürlich das Yin. Was ist denn das Yin eigentlich ganz konkret? Yin, die Yin-Wurzel in unserem Körper spiegelt jetzt nicht nur das Weibliche wider, wenn wir so Yin und Yang als Yin weiblich, Yang männlich. Jetzt einmal so auseinander trennen, sondern Yin spiegelt auch die Substanz in unserem Körper wider. Das heißt, Yin ist alles, was wir angreifen können. Die Haut, die Muskeln, die Sehnen, die Haare, unsere Zähne, das Gehirn, Knochenmark, aber auch alle Flüssigkeiten. Angefangen von Blut über Gelenkschmiere, aber auch Speichel, Muttermilch, Schweiß. Das ist auch alles Yin. Yin. Und Yin gehört aufgebaut im Körper. Substanz gehört aufgebaut im Körper. Gelenkschmiere gehört aufgebaut im Körper. Und das schaffen wir über ein gesundes Verdauungssystem. Und du hast bereits gelernt, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst oder wenn du dich schon länger mit der Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin auseinandersetzt, dass über eine energievolle, kraftvolle Verdauung nicht nur Wärme erzeugt wird, sondern auch Yin, kostbare Körpersäfte. Und dafür, für diesen Verdauungsprozess, braucht es einfach Wärme, Yang. Und diese Hauptwärmequelle für unsere Verdauung sitzt in unseren Nieren, in unserem Nierenyang. Das Nierenyang ist quasi so wie die Herdplatte für unseren Magentopf, wie ich es immer so in diesem Kochtopfmodell erwähne. Es kommen die Nahrungsmittel für die Suppe alle in den Magen hinein, wir drehen den Herd auf, unsere Nierenyang wärmt unseren Magentopf auf und dann entstehen kostbare Körpersäfte. Dann entsteht Wärme, dann entsteht Energie. Und das ist ein Prozess, den ganz, ganz viele Frauen unbewusst oder bewusst, ich weiß es nicht, ich hoffe eher unbewusst, unterbrechen. Indem sie ganz stark auf ihr Yin sich fokussieren, eher auf die Substanz fokussieren, sagen, ich möchte zum Beispiel abnehmen, Kalorien zählen, sich sehr gesund unter Anführungszeichen beginnen zu ernähren. In der Früh ihr Joghurt mit Früchten essen, zum Mittag einen Salat, am Abend vielleicht einfach nur ein Brot mit Tomaten, Gurken und ein bisschen Käse drauf. Das ist aber nichts Gekochtes, nichts Warmes, nichts Bekömmliches, dass das Yang die Herdplatte stärkt und ihr Wärme und Energie schenkt. Das heißt, der Magentopf wird kühl bleiben und es wird die Nahrung, der Nahrungsbrei, länger im Verdauungstrakt liegen bleiben, kalt liegen bleiben. Es kommt ja dann sogar noch was Kaltes drauf und das Nierenfeuer wird weiter geschwächt. Das heißt, in unserem jinnigen ersten Lebenshälfte sollten wir unser Yang gut aufbauen, unser Yang gut pflegen, damit wir auch wirklich gut gesund Substanz aufbauen können, damit wir gut gesund Wärme und Verdauungsfeuer aufbauen können. Also ich kann es nicht oft genug wiederholen, wenn du auch mal abnehmen musst oder abnehmen möchtest, dann schaffst du das nur, indem du regelmäßig gekocht, bekömmlich warm isst, weil du dadurch dein Verdauungsfeuer anregst. Was passiert in der zweiten Lebenshälfte von uns Frauen? Wir gehen dann eher von dieser jinnigen Phase in ein bisschen eine youngigere Phase über. Das heißt, in unserer zweiten Lebenshälfte beginnt das Yang ein bisschen mehr zu dominieren. Denk an die Wechseljahre, an die Hitzewallungen, aber auch so eine geistige innere Unruhe, Schlafstörungen. Wenn das Yang überhand nimmt oder wenn das Yang dominiert, Yang ist Wärme, Yang ist Energie und wenn die Wärme dominiert und das Yin, die kostbaren Körpersäfte, unsere Kühlflüssigkeit, wie ich es immer nenne, zu schwach ist, dann kann das Yang, die Wärme, wirklich richtiggehend schießen. Und dann kommt es wirklich zu Nachtschweiß, zu extremen Emotionen, zu innerer Unruhe und das sollten wir auch mit der richtigen Ernährung unterstützen und uns dessen im Klaren sein, dass wir als Frauen so von dieser jinnigen Phase, so in der zweiten Lebenshälfte in so ein bisschen so eine youngig dominiertere Phase übergehen. Und auch so von dem Emotionalen her, man sieht dann oft so die Frauen, die dann in die zweite Lebenshälfte übergehen, sie setzen dann den Fokus vielleicht auch auf andere Dinge oder versuchen sich in einer anderen Richtung zu verwirklichen, zu entwickeln. Sie nutzen diese Yang-Kräfte auch ganz anders in ihrem Körper, was wunderbar ist und das sollte auch unterstützt werden. Frauen werden dann vielleicht in ihrer zweiten Lebenshälfte mutiger auch so für ihre Rechte einzustehen oder jetzt bin ich einmal an der Reihe, jetzt mache ich einmal meine Dinge. Und das sollte trotzdem auch weiterhin in einer gewissen Balance sich abspielen. Also dieses extreme Yin-Ige oder dieses extreme Yang-Ige ist das, was ich nicht befürworte. Ich bin jemand, und das ist auch so im Sinne der TCM, möglichst darauf zu schauen, dass eine gewisse Balance in unserem Körper entsteht. Und bei den Männern ist es genauso. Die Männer kommen auch in ihre Wechseljahre. Die Männer sind youngig, sie sind young-dominiert. Das heißt, Männer müssen vor allem darauf achten, dass sie ihre kostbaren Körpersäfte gut pflegen. Das heißt, ihr Yin gut pflegen. Das machen viele Männer sehr, sehr ungerne, weil sie sich grundsätzlich vielleicht eher lieber youngiger ernähren. Fleisch, Wurst, Alkohol. Zigaretten gehören aber auch dazu, die sind auch sehr youngig und trocknen aus. Scharfes Essen, noch einmal Tabasco-Soße oder noch einmal Chili drauf auf die Pizza. Unregelmäßiges Essen, grundsätzlich durch das youngige Potenzial, auch die Emotionen eher heftiger oder achten nicht so auf ihren Schlaf, gehen vielleicht auch gerne über ihre Grenzen. Und Männer, wenn sie nicht ihr Yin ausreichend pflegen, dann kann das Young auch ordentlich schießen. Und dann kann es zu Bluthochdruck kommen. Oder es kann zu Hauterkrankungen wie Neurothermitis, Psoriasis kommen, zu Schlafstörungen. Also ganz viele unterschiedliche Symptome, die Hitzesymptome sind, also wirklich so youngige Symptome sind. Und gerade so diese jinnigen Nahrungsmitteln, die das Yin pflegen und wie so eine Kühlflüssigkeit wirken, wie zum Beispiel Tofu, mh, lieben Männer, großartig. Salate, mh, lieben Männer auch. Oder wirklich so suppig, gekocht, saftig. Fruchtsalate wären zum Beispiel etwas für Männer mit Bluthochdruck, die wirklich so in ihrem Young, wo das Young so richtig schießt. Aber das ist genau das, was die Männer oft so gar nicht so gerne essen. Wenn man sich so dieses plakative Beispiel hernimmt, ein Mann und eine Frau gehen essen, die Frau stochert in ihrem Salat umatum und der Mann bestellt sich das Steak. Aber der Mann hat eh schon seinen hochroten Kopf und schwitzt viel und die Frau hat ständig ihre eiskalten Füße unter seiner Bettdecke, weil er immer kalt ist und weil sie ständig mit einem Dauerschnupfen umatum rennt. Und die zwei sollten einmal tauschen. Die Frau sollte sich mal das Steak bestellen und der Mann sollte sich mal ein bisschen an ihrem Salat erfreuen. Aber was ich sagen möchte ist, nicht nur die jinnigen Frauen gehen dann quasi in den Wechsel über und werden dann jängiger und kämpfen mit Hitzesymptomen. Nein, auch bei den Männern merkt man so diesen Wandel in Yin und Yang. Die jängigen Männer gehen dann quasi in ihrer zweiten Lebenshälfte in den Wechsel über. Und da beginnt dann so ein bisschen das Yin mehr zu dominieren. Die Männer, viele Männer werden dann so ein bisschen weicher, vielleicht sogar ein bisschen weinerlicher, ein bisschen emotionaler. Es geht ihnen vieles mehr so ans Herz. Also das heißt, diese jinnige Seite kommt dann mehr heraus. Vielleicht ist den Männern, gerade dann, wenn sie ein bisschen älter werden, wird den Männern schneller mal kalt. Und den Frauen, die sind dann die, die dann quasi die Männer hernehmen und ein bisschen herzen und auferwärmen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch in meiner Praxis und in der Arbeit mit sehr, sehr vielen Menschen, dass wenn sie sich beginnen mit der TCM und mit der Ernährung nach den fünf Elementen zu befassen, dass sie alles in sich aufsaugen, alles versuchen umzusetzen, alles, auch so dieses im Kreis kochen für manche ganz, ganz wichtig ist. Und irgendwann einmal kommen dann ganz, ganz viele auf diesen Punkt, es ist mir zu kompliziert. Und dann lassen sie es bleiben. Und das finde ich immer so unglaublich schade. Und wenn ich mit der TCM beginne, dann bringe ich einmal alles auf einen Nenner runter und der nennt sich Yin und Yang. Das heißt, ich versuche mal, dich, oder das ist so mein Ziel, dich dann heranzuführen an dieses Yin und an dieses Yang. Gar nicht in Elementen zu denken, in Geschmäckern zu denken, in Nahrungsmittellisten zu denken, sondern wirklich mal runterzubrechen, was dominiert denn aktuell so in meinem Leben oder in meinem Körper. Ist es eher das Yang, also die Wärme oder Wärmesymptome, die in meinem Leben oder in meinem Körper gerade dominieren? Oder ist es eher das Yin, das dominiert? Also wirklich jinnige Symptome? Beziehungsweise ist es ein bisschen schwierig, das so auszudrücken, wenn wir uns auf das Yang konzentrieren, also die Yang-Wurzel. Du kannst es dir immer so ein bisschen wie so eine Waage vorstellen. Wir möchten eigentlich immer, das ist so der Wunsch, das Oberziel, dass Yin und Yang in der Waage sind. Nur das wird uns nie gelingen. Und das ist auch gut so. Yin und Yang bedingen sich und du kannst Yin und Yang miteinander steuern oder gegeneinander steuern. Oder miteinander gefällt mir eigentlich viel besser. Das heißt, wir möchten, dass die Seite, wenn wir uns das in so eine Waage vorstellen, dass das Yang nie zu weit in die Höhe geht, beziehungsweise auch, dass das Yin nie zu weit in die Höhe geht. Weil wenn das Yang die Hitze zu viel Überhand nimmt, dann nennen wir das Yang-Fülle-Muster. Also das heißt, es ist viel zu viel Wärme, Hitze, Yang in unserem Körper da. Und da kann das Yin, kostbare Körpersäfte und Substanz, sehr darunter leiden. Weil stell dir das einfach bildhaft vor, je mehr Hitze entsteht, umso mehr werden kostbare Körpersafte Yin verdampfen. Das heißt, wenn du deine Suppe kochst, keinen Deckel drauf gibst, dann kocht durch die Wärme, kocht das Wasser und verdampft irgendwann einmal und wird dann auch weniger im Körper. Und genau das passiert auch in deinem Körper. Oder das Wasser wird weniger im Kochtopf, so heißt es eigentlich richtig. Und dasselbe passiert auch in deinem Körper. Die Hitze lässt kostbare Körpersäfte verdampfen. Wenn nun das Yin überhand nimmt, unter Anführungszeichen, dann sprechen wir von einem Yang-Mangel. Das heißt, die Hitze, die Wärme nimmt ab. Das heißt, die Waage geht in die andere Richtung. Die Seite vom Yang geht runter und das Yin wird zack, so raufbefördert. Das heißt, dieser Yang-Mangel erzeugt erstens Kälte. Das heißt, es ist zu wenig Wärme da, ist gleich Kälte entsteht. Und was passiert? Die Kälte lässt den Verdauungstrakt langsam träge werden. Die Nahrung bleibt viel zu lange im Verdauungstrakt liegen. Es entsteht Stau, es entsteht Nässe, es entsteht Nahrungsstagnation und dadurch entstehen diese Schlacken, diese Feuchtigkeit, diese Nässe, die wir aus dem Körper rausleiten möchten. Weil dadurch entsteht Müdigkeit, dadurch entsteht Trägheit, dadurch entsteht Übergewicht, Wassereinlagerungen, Kälte ist gleich ein schwaches Immunsystem, Schnupfen, Erkältungen. Und die Waage möglichst in der Balance zu halten, das ist eigentlich so das, wo wir mit unserer Ernährung hinaus möchten. Und am Anfang sich wirklich nur einmal mit diesen Yin und Yang Begriffen auseinanderzusetzen, anstatt Nahrungsmitteltabellen auswendig zu lernen. Die Nahrungsmittel in allen fünf Elementen zu kategorisieren und die auswendig zu lernen, damit man dann im Kreis kochen kann. Das ist so kompliziert und so unnötig, wie ich persönlich finde. Aber zu wissen, ob viel Hitze in meinem Körper ist oder viel Kälte in meinem Körper ist und zu wissen, dass ich mit den richtigen Nahrungsmitteln, mit den einfachsten Nahrungsmitteln, mit den richtigen Kochmethoden und auch mit den einfachsten Kochmethoden Wärme aufbauen kann, beziehungsweise Kühlflüssigkeit, kostbare Körpersäfte, Yin aufbauen kann, die mir die Hitze klärt, dass ich da dieses Wissen nutzen kann. Das ist eigentlich das, wo ich möchte, dass du hinkommst, wenn du dich beginnst, mit der TCM Ernährung auseinanderzusetzen. Was heißt das nun ganz konkret? Das bedeutet, wenn du eher zu Hitzesymptomen neigst, das heißt, Yang fülle, Yang schießt, es ist zu viel Hitze einfach im Körper da, aus verschiedensten Gründen, dann empfehle ich dir, trotzdem warm gekocht zu essen. Das bedeutet nicht, dass du heiß, heiße Speisen, gekochte heiße Speisen essen sollst, im Gegenteil, es kann etwas gekocht werden, dadurch wird es bekömmlicher, leichter für deinen Körper resorbierbar, leichter für deinen Körper in körpereigene Stoffe die Nahrung aufzuspalten. Das heißt, du isst trotzdem warm und bekömmlich und baust durch diese warmen, bekömmlichen, gekochten Speisen Yin auf. Kostbare Körpersäfte. Weil du brauchst, wenn du Hitzesymptome hast, du brauchst diese Kühlflüssigkeit, diese kostbaren Körpersäfte, das Yin, um der Hitze entgegenzuwirken. Weil wenn deine Hitze, dein Yang eh schon da oben ist, wenn deine Hitze schießt, dann greift das die kostbaren Körpersäfte an und du musst deine Yin-Wurzel aufbauen. Wenn dein Yang ganz oben ist, wenn du Bluthochdruck hast, wenn du immer mit einem roten Kopf umhat umrennst, wenn du Hautprobleme hast, wenn du Schlafprobleme hast, weil dein Geist nicht zur Ruhe kommt. Hitze beeinflusst, Hitze steigt auf, genauso wie in einem Raum. Dreh die Heizung auf, wo wird es am heißesten sein? Oben, unterhalb von der Decke. Dasselbe ist bei uns auch. Die Hitze steigt in unserem Körper auf, das heißt, steigt auch in unseren Kopf, verursacht vielleicht Kopfschmerzen, Migräne und die Hitze lässt uns auch nicht gut einschlafen. Da sind noch so viele Gedanken in unserem Kopf, da ist einfach noch so viel Energie in unserem Kopf. Und wir brauchen ein starkes Yin, ein gutes Yin, dass sich dieses Yang einmal schnappt und sagt, so und jetzt komm einmal runter und jetzt wird einmal geschlafen. Und dieses Yin kannst du gut aufbauen, indem du regelmäßig warm gekocht isst, dadurch werden die Speisen bekömmlich durch das Kochen, indem du vor allem auch Fleisch und Wurst, erhitzende Gewürze stark reduzierst, Alkohol reduzierst. Vor allem Hitzetypen entspannen sich sehr, sehr gerne mit einem Gläschen Alkohol am Abend oder mit zwei oder mit drei. Das ist recht fatal und weil sie dann dadurch noch mehr Hitze auch in ihrem Körper erzeugen können und das dann wirklich auch anders sich äußern kann. Aber um den Schlaf zu fördern, kann es zum Beispiel auch, da werden jetzt die Hitzetypen freudig aufjuchzen, ein Grießkoch sein mit vielleicht ein bisschen Beeren oder mit eine warme Suppe, eine Gekochte, die einfach kostbare Körpersäfte aufbaut und das Yang einfach beruhigt und kühlt. Ich weiß, wenn wir Yang-Typen sind, wenn wir Hitzetypen sind, dann tendinieren wir einfach dazu, dass wir Nahrungsmittel bevorzugen und lieben, die unsere Hitze noch mehr anfeuert. Das ist leider so. Das ist das Anziehungsprinzip. Wenn ich ein Feuchtigkeitstyp bin, wenn ich zu Übergewicht neige, wenn ich zu viel Nässe in meinem Körper habe, dann, also sprich auch eher der Yang-Mangel-Typ bin, dann tendiere ich eher dazu, mich auf Käse zu stürzen, auf Milchprodukte, auf Süßigkeiten, auf Zucker. Das heißt, ich lege mein Yang noch mehr lahm. Ich lege mein Verdauungstrakt durch diese ungekochten, kalten, süßen, befeuchtenden Speisen noch mehr lahm. Dadurch kann sich erst recht keine Wärme in meinem Körper aufbauen. Dadurch bleibt mein Verdauungstrakt erst recht müde und träge und dadurch erzeugt mein Körper wiederum und erst recht Nässe, Schlagen, Ablagerungen, Übergewicht, Müdigkeit. Das heißt, wenn du eher zu einem Yang-Mangel tendierst, das heißt eher zur Kälte mit Neigung zu Erkältungen, mit Neigung zu Schnupfen, mit Neigung zu Wassereinlagerungen, Müdigkeit, vor allem auch so Müdigkeit nach dem Essen, das ist oft so ein Indiz und kalten Händen, kalten Füßen, dann ist es umso wichtiger, dich wirklich aufzuwärmen und so diese kostbare Wirkung von Yangigen Nahrungsmitteln auch zu nutzen. Und Yangige Nahrungsmitteln, das sind vor allem auch Fleisch, aber Fleisch, das reicht wirklich schon zweimal in der Woche drei Esslöffeln, um einfach so das Yang aufzubauen, das Yang zu tonisieren und zu stärken. Getreide sind auch Yangig, den Tag zu beginnen mit einem warmen Haferflockenporridge. Hafer ist das Yangigste, das wärmste Getreide, das uns zur Verfügung steht und sich daraus einen warmen, bekömmlichen Porridge in der Früh zu kochen oder auch einmal ein Porridge zu backen, ist wirklich etwas Kostbares für den Yang und damit baust du Yang und Wärme in deinem Körper auf und vertreibst die Kälte. Nutze auch zum Beispiel für Suppen, für Eintöpfe, für Aufläufe, alles was du kochst, Yangige Gemüsesorten zum Beispiel. Und da denke ich in erster Linie an die Fenchelknolle. Jetzt werden viele vielleicht die Nase rümpfen und sagen, ich hasse Fenchel, das kann ich total gut verstehen, weil ich Fenchel auch lange, lange Zeit selbst gehasst habe. Ich mag grundsätzlich den Geschmack von Lakritze nicht und Fenchel hat sowas Lakritziges, aber wie ich begonnen habe, Fenchel ins Backrohrgemüse mit reinzugeben, Fenchel auch in eine Suppe mit zu kochen und zu porieren, Du schmeckst den Fenchel nicht. Fenchel gibt dir so ein bisschen so eine süße Note, die die meisten gar nicht so schmecken. Es hat nichts dieses Lakritzige, typische Fenchelige, aber Fenchel hat eine wunderbare Wirkung auf unseren Körper. Erstens, Fenchel wirkt erwärmend und Fenchel wirkt verdauungsfördernd und das ist ganz, ganz kostbar. Fenchel vertreibt einfach auch so diese Nässe oder regt einfach die Verdauung gut an, damit sich nicht diese Nässe und diese Schlacken in unserem Körper ansetzen können. Denk vor allem auch an Knollengemüse. Denk an Karotten, an Pastinaken, an Kürbis, an Süßkartoffeln, an Kraut und an Kohl. Das sind alles Gemüsesorten auch, die auch dein Yang stärken. Und denk aber auch, wenn es darum geht, Wärme aufzubauen, Wärme zu fördern im Körper, an warme, erwärmende, verdauungsfördernde Gewürze, wie zum Beispiel, wir haben schon vorher über Fenchel gesprochen, die Fenchelsamen, Kümmel, Kreuzkümmel. Das sind alles verdauungsfördernde, resorptionsfördernde Gewürze. Und ein Fenchelkümmel-Anistee ist für Menschen, die schnell frieren, die schnell kalte Hände, kalte Füße haben, wirklich, wirklich Gold wert. Ich könnte dich wirklich noch mindestens eine halbe Stunde voll quatschen mit dem Thema Yin und Yang, welche Nahrungsmittel du nutzen kannst, welche Symptome dahinter stehen. Ich lade dich aber an diesen Punkt ein, auf meine Webseite zu kommen, dir vielleicht den dazu passenden Blogartikel durchzulesen auf meiner Webseite. www.anatsu.at ist meine Webseite. Und wenn du schon dort bist, dann bitte melde dich unbedingt zu meinem Newsletter an, weil als Dankeschön bekommst du nicht nur den Newsletter in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen zugeschickt, sondern auch ein kostenloses E-Book mit 40 Rezepten und Informationen zu 23 Gewürzen aus Sicht der TCM. Das Anmeldeformular zum Newsletter findest du auf meiner Webseite und ich habe es dir unten in den Shownotes verlinkt. Das heißt, die Shownotes sind die Beschreibung vom Podcast, von dieser Podcast-Folge. Dort findest du den Link zur Anmeldung in den Newsletter. Ich habe dir ja versprochen, dass ich dir heute etwas erzähle, also einfach in gewissen Bildern, alltagstauglichen, lebensnahen Bildern, das Yin und das Yang näher bringe. Ich habe dir auch versprochen, dir ein bisschen so ein Bild rüberzubringen, dass es nicht nur darum geht, Yin oder Yang, sondern wir sind Yin und Yang. Und ich habe dir auch versprochen, dir so ein paar Symptome zu nennen oder vor allem auch Lebensmittel zu nennen, die dein Yin bzw. dein Yang stärken. Und wenn es zumindest so eine Sache ist, die du mitnimmst von dieser heutigen Podcast-Folge, dann bitte sieh es als Kostbarkeit an, wenn du erkennst, dass du vielleicht eine Yang-Fülle hast, also eher zu Hitze tendierst, oder wenn du erkennst, dass du eher zu Yang-Mangel neigst, also eher Kältesymptome in deinem Körper erkennst. Verteufel nicht deinen Körper, dass er diese Symptome zeigt und jetzt musst du dich damit auseinandersetzen, sondern sag, danke lieber Körper, dass ich mich jetzt damit auseinandersetzen darf, näher hinschauen darf und mich jetzt einmal nur mit diesem Thema befasse, was mich besser unterstützen kann. Und ja, ich unterstütze dich natürlich auch sehr, sehr gerne weiter, dieses Thema Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin mehr für dich zu entdecken und vor allem auch so auf eine alltagstaugliche und einfache Art und Weise dir dieses Thema näher zu bringen. Und wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest, dann bitte bewerte meinen Podcast mit fünf Sternen auf iTunes oder wo immer du gerade bist und ihn bewerten kannst. Teile ihn auch mit deinen Freunden über Facebook oder Instagram. Darüber freue ich mich auch immer sehr, weil diese Unterstützung, diese Hilfe von dir, lässt meinen Podcast einfach auch höher ranken bei gewissen Anbietern und gibt mir einfach so diese Chance, diese wichtige Botschaft, wie unglaublich kostbar das Wissen der traditionellen chinesischen Medizin und der Ernährung nach der TCM ist. Das gibt mir die Möglichkeit, dieses Wissen noch mehr in die Welt hinauszutragen. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Es gibt wieder ein super spannendes Thema aus Sicht der TCM. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Danke, dass du heute dabei warst. Alles, alles Liebe, deine Anna.